Ich wollte jetzt eigentlich hingehen, ach von hier unten geht das einfach nicht, da müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen jetzt am besten, hier, oder? Zack, zack, ist irgendwo direkt die Höhle unter mir, ist zwar kein guter Ort zum Bauen hier, wie ich das so sehe, aber irgendwie, ach gut, dass es Dreck gibt, so, so, jetzt mal ein bisschen konzentrieren, damit dieses Scheißdach so funktioniert, wie ich es will, so, jetzt hier hoch und jetzt bitte, zack, aha, auf der anderen Seite sind wir hingegangen und haben dann die hier rausgenommen, ich weiß gar nicht, worum habe ich denn hier Glas, ach so, unten drunter ist das, stimmt, unten drunter war richtig, so, 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 also ich merke, Treppen ist nicht mein Spezialgebiet, so, jetzt brauche ich Glas, ich brauche, ach du, jemini, das Dach ist schon mal drauf, das ist schon mal sehr gut, so, der Rest wird von innen gleich gemacht, vielleicht muss ich trotzdem nochmal hoch, so, naja, von vorne, das sieht noch nicht so ganz aus, wie ich mir das vorgestellt habe, aber, das wird schon, so, wir haben es hier gemacht, so, 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 jetzt kommt mal alles weg, jetzt da kommt noch ein bisschen Erde, ist da oben drauf, so, 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 jetzt geben wir uns noch eine Schaufel maken, jetzt, was ist denn jetzt los, lädst du, hörst du auf, so, machen wir uns direkt eine Diamantenschaufel, oder, eine normale, wir machen direkt eine Diamantenschaufel, dann können wir auch ordentlich rein hauen, so, jetzt habe ich nur ein Stückchen Holz hier, jetzt habe ich nur ein Stückchen Holz hier, und, die brauchen wir zwar später, die machen wir schon mal mit, und jetzt haben wir noch, hm, egal, Holzschaufel, soll man die verballern, ne, komm, wir machen keine halben Sachen, also, es ist schon wieder dunkel, da legen wir uns nochmal hin, legen wir uns hin, dann trinke ich auch mal gerade ein Stückchen, ach, okay, auf geht's, aber laut, ich muss gerade mal was nachgucken, ja, so, sorry, das musste sein, wo holen wir uns denn die Erde weg, haben wir hier keine Wüstenlandschaft vielleicht in der Nähe, das wäre schon mal optimal, weil hier mal direkt die Erde vor meiner eigenen Nase wegnehmen zu nehmen, ist eigentlich blöd, dann sieht das nachher nicht mehr so schön aus, hm, 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 warte mal, irgendwas ist doch hier faul an der ganzen Sache, irgendwas ist hier faul, das müssen wir jetzt so durchziehen noch ein bisschen, Erde, 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 überall nur Erde, kein, ja, dann müssen wir hier wohl den Tümpel leer schaufeln, hier ist noch ein bisschen, ja, am besten hier der dann, ach, das ist auch nicht sehr viel, hier müsste auch irgendwo, hab ich ja was gesammelt davon jetzt, ja, hier muss ja irgendwo noch, äh, eine Wüstengegend sein, das wäre jetzt, und Ei, ich nehme schon mal mit, danke, für später die Hühnerfarm, da brauche ich nämlich ein bisschen, Eiche, die Sache ist jetzt die, Schnee, wenn ich mich jetzt hier zu weit entferne, verlaufe ich mich nämlich wieder, und ich muss dann leider, der Flying-Modus inschalten, und das würde ich eigentlich ungern, hier ist auch ein bisschen was, aber das ist ein Appel, aber das reicht nicht, das ist alles zu wenig, zu wenig Stoff, blub, hoppala, hm, das ist alles zu wenig, das ist alles unter Wasser, das passt mir sowieso dann nicht so ganz, wo ist mein Haus, mal in die andere Richtung vom Haus gehen, das coole ist ja, wir haben direkt einen Fluss vor der Tür, das sieht auch nicht schlecht aus, hier mit dem Fluss da, komm, holen wir hier noch ein bisschen Erde weg, da müssen wir erst mal Glas machen, und dann machen wir nachher die Steine draus, was überbleibt, einen kleinen Flusssee, was auch immer das hier sein soll, da müssen wir eh jetzt schon mal, das können wir auch schon mal rausnehmen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, muss aufpassen, dass ich nicht ertrinke, so, jetzt muss ich hier noch, und da noch, und da noch, und das nur, das ist ja was, ich gehe jetzt mal hin, und mache jetzt mal ein bisschen, Moment, mal ein bisschen was hier an, so, ha, ganz leise im Hintergrund mal laufen lassen, gut, also es geht um folgendes, Erde, habe ich gesagt, mal gucken, Erde, Sand, was auch immer, so, jetzt nehmen wir das alles mal mit hier, ja, du bleibst schön da, wir brauchen nämlich, für die Glasproduktion, jetzt ein bisschen, nein, das hört sich aber jetzt gerade ziemlich, äh, gespenstig an, als wären wir hier voll im Krieg, das hört sich ja genauso an, das geht schon besser, jetzt, Aufgabe, aber das ist mir zu laut, und, na, ein bisschen Lehm mitnehmen, das schadet auch nicht, das klappt jetzt mit dem Tun und alles, so, wie ich mir das vorgestellt habe, oh, 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 ich gucke da gar nicht ruf, ich hehl, mal abwarten, zack, was haben wir denn jetzt, das ist nicht viel, ja, okay, für ein bisschen Glas wird es jetzt erstmal reichen, ich schmue hier hinten noch was von mit, Habe ich noch ein Lied da drin? Das ist ein sehr schönes Spiel, was ich vielleicht auch bald Let's Playen werde, ähm, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, ich komme nicht mehr auf den Namen, da ist der Ofen, ein bisschen was brauche ich trotzdem noch, davon auch, jetzt haben wir ein bisschen Glas da, jetzt gehen wir mal hier hin, und machen das Dach hier oben mal zu Ende, aha, hier haben wir es schon drin, hier haben wir auch schon, so, ach, stopp, stopp, egal, hm, jetzt geht's los, was ich vorhatte war, Sandstein brauche ich, mal ein bisschen was, so, müsste reichen erstmal, ne, reicht überhaupt nicht, ich habe es sonst zu weit vorgebaut, ich habe es sonst zu weit vorgebaut, nicht aufgriebt, ich habe es sonst, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht so was, So,